Moin, der Bitcoin-Beobachter ist wieder da und es geht tatsächlich jetzt ein bisschen aufwärts, allerdings auch schon wieder hier am Ende mit einem kleinen Absturz. Ich denke mal so die letzten 24 Stunden von ca. hier bis zum Höchstpunkt waren es sogar gute 5% Gewinn, aber jetzt durch den Rückgang wieder nur noch 1% plus seit den letzten 24 Stunden. 19.820 Dollar ist jetzt der Preis, in Euro sind das 19.006 und auf die Woche ein Minus von 2,5% und auf den Monat immer noch minus 32%. Was gibt es Neues? Es gibt ein neues Regelwerk innerhalb der EU, das ist jetzt endgültig mit Brief und Siegel offiziell. Da wird es dann auch jetzt in nächster Zeit keine Änderungen mehr geben, was in den nächsten Jahren noch kommt. Das weiß man natürlich sowieso nicht. Und ja, diese bisschen Befürchtung von manchen Kryptofans, dass möglicherweise der Bitcoin innerhalb der EU verboten werden könnte, das ist somit jetzt auch endgültig vom Tisch. Das soll also kein Problem werden. Besitzen kann man Bitcoin also weiterhin in der EU ohne Probleme. Allerdings gibt es jetzt gewisse Regeln. Ich gehe da jetzt nicht bis ins letzte Detail ein, aber so gehört zum Beispiel mit dazu, dass Stablecoin-Anbieter einen entsprechenden Gegenwert haben müssen und dieses wohl auch nachweisen müssen in regelmäßigen Abständen, um hier einfach mehr Sicherheit reinzubringen. Ich denke mal, das ist eine gute Sache. Der Rest ist dann nachher, muss man gucken, wie das alles mit der Steuer ist. Da muss sich sowieso jeder selbst informieren. Da gibt es ja auch gewisse Vorschriften bzw. Gesetze, an die man sich halten muss. Und dann war hier noch eine, es gibt eine erste Anti-Krypto-Konferenz, die von irgendwelchen Krypto-Gegnern wohl gegründet wurden. Diese, ja insbesondere wohl jetzt wegen dem letzten Terra-Crash und wohl auch wegen der Umweltbedenken. Auch dieses wurde in dem EU-Gesetz mit berücksichtigt übrigens. Also Anbieter werden angehalten, eine Umweltbilanz auch transparent mit zu kommunizieren. Ja, und es gibt natürlich halt auch immer Gegner, die ja einfach sehr radikal wahrscheinlich zu viel negatives Gedankengut einfach haben und publizieren möchten. Manches von dem, es ist gut, dass man drüber redet, und manches von dem ist sicherlich nicht ganz unwichtig. Aber jetzt so komplett gegen Krypto vorzugehen, finde ich persönlich ein bisschen übertrieben. Muss natürlich jeder selber wissen. Und es ist interessant, also die wollen halt auch irgendwie kommunizieren, womit Politikern und denen ihre Bedenken gegenüber Krypto-Anwendungen vorbringen. Wie gesagt, einiges davon ist vielleicht auch gut, dass das mal, ja, dass darüber diskutiert wird und dass man noch Lösungen findet, gerade da, wo es um Unsicherheiten geht. Aber nichts in der Welt ist hundertprozentig sicher. Deswegen, ja, bin ich da jetzt nicht unbedingt so jemand, der sagt, ja, toll, dass es das gibt. Aber, ja, auch das gibt es. Und der Bitcoin selbst, ja, scheint sich weiterhin seitwärts zu bewegen. Gibt nichts wirklich Neues, wie wir gerade gesehen haben. In diesem Sinne, ja, ich werde es weiter beobachten und schauen, wohin sich das entwickelt. In diesem Sinne, einen schönen Tag noch. Auf Wiedersehen, bis zu meinem nächsten Video.